Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ach was, wozu denn? Von Schwedinnen ist man doch allerhand gewöhnt. Für Bachs. Aha. Nein, ja, probieren darf man's doch. Probieren, ja. Als wenn nichts geschehe, kommst du durch die Tür, die du selbst zugeschlagen. Betrachtest unseren Streit wie ein geborgtes Kleid. Dass die nicht passt und willst es nicht fragen. Als wenn nichts geschehen, bist du wieder da und störst mich beim Vergessen. Du lachst mich wieder an, als wärst du noch mein Mann. Und lügst dir kleinen Lügen, als wär nichts gewesen. Denn so wie schwerer Wein kann dein Lachen sein. All das sind für dich nur Spiele, geb ich heute Nacht, werden sie wieder wach. Das weißt du ganz genau, die schlafenden Gefühle. Als wenn nichts geschehen, kommst du wieder, denn du bist gewohnt zu siegen. Ja, du kommst jedes Mal zurück von Fall zu Fall. Als wäre nichts geschehen, doch ich werd gehen. So wie schwerer Wein kann dein Lachen sein. Denn all das sind für dich nur Spiele, geb ich heute Nacht, werden sie wieder wach. Das weißt du ganz genau, das weißt du ganz genau, die schlafenden Gefühle. Als wenn nichts geschehen, kommst du wieder, denn du bist gewohnt zu siegen. Ja, du kommst jedes Mal zurück von Fall zu Fall. Als wenn nichts geschehen, doch ich werd gehen. Ich werd gehen. Ich werd gehen. Untertitelung des ZDF, 2020